Hallo. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Take a seat, take a seat, take a seat. Und schon sprechen sie durch, sobald sie hier bei mir auf der Couch sitzen, ne? Yeah, with a little technical help. Yeah, with a technical help, we can do that. Also, das wollte ich ja immer mal, das ist ja ganz klasse. Tut das nicht weh? Well, it's kind of fake. You know, everyone is asking me. Das ist nicht so richtig echt. Jeder fragt mich, ob es ein echtes Tattoo ist, aber das gehört so ein bisschen zu meinem Image. Und wie kriegt man das jetzt da drauf? Es wird draufgedrückt und ja, das kann dann acht Tage draufbleiben. Nein, das eigentlich nicht. Also es muss ein bisschen abrubbeln. Also für die Haut ist nicht so toll. Ach du Schande. Aber wenn ich jetzt zähle, eins, zwei, drei und vier, Sören und René? Ja, wir müssen uns entschuldigen. Die beiden sind krank. Sie haben eine ziemlich heftige Grippe und ja, mit Fieber und allem, was dazugehört. Oh, ein Riesenapplaus! Spreist also ein kleines bisschen Deutsch. Klein, ein bisschen. Ein bisschen, das ist sehr klasse. Ich kann kein, bringst mir ein Wort, ein Satz in Schwedisch bei. Also bring mir mal bei, ich hab dich ganz doll lieb. Well, I'm Norwegian, aber ich kann... Also ich komme aus Norwegen. Ach so, dann wird das schwierig, dann wird das schwierig. Schlecht informiert, Adibise. Ich kann snakke litt daran in Norsk, und das hört sich so aus, wie diese hier. Und ich kann fortelle, dass Sören und René, die liegen in der Sengen, da. That's Norwegian. Das war Norwegisch. Das kenne ich von der Sendung mit der Maus, da ging das auch, aber das war jetzt sehr interessant. Ist das eine schnelle Sprache, hab ich das Gefühl? Oder war es jetzt extrem schnell gesprochen, oder? Klingt das so? Nein, ich hab gar nicht besonders schnell gesprochen, aber wir singen so ein bisschen, so ein Singsang in der Sprache. Und deshalb klingt es wahrscheinlich schnell. Ach, interessant, klasse. Dänisch geht's auch? Ja, wir können uns verstehen, denn, ja, es ist ein bisschen wie holländisch und deutsch, die können es ja auch ganz gut verstehen. Also wir verstehen uns schon untereinander, aber die Dänen, die sprechen, als hätten sie eine Kartoffel im Hals. Wirklich schrecklich hört sich das an. Ja, jetzt sagt der Däne, wollen wir was dazu, also wie sprechen die jetzt, die Norweger? Ja, wir singen ja nicht so sehr, wie die Norweger, wir sprechen, ja, eher straight. Ach so, Backstreet & Insync, wir sind alle mal hier gewesen, die ganzen großen Stars, Backstreet & Insync, Aqua, alle bei mir. Also, wie habt ihr, den Riesenerfolg mit Barbie Girl, habt ihr das irgendwie so, wie habt ihr das empfunden? Habt ihr damit gerechnet, diesen phänomenalen Erfolg? Also, sowas kann man ja überhaupt gar nicht erwarten, aber wir hatten ein tolles Lied, das war, was wir vorher wussten. Und es wurde für dieses Album als letztes geschrieben und es war hier in Deutschland dann als erstes Single herausgebracht. Und jetzt ist natürlich noch Dr. Jones rausgekommen, aber in Skandinavien oder Asien, da war es die erste Single. Und wir arbeiten ja schon länger in dem Geschäft, aber man kann das überhaupt gar nicht erwarten. Wir freuen uns einfach darüber. Wie geht ihr mit dem Erfolgsdruck um, jetzt, nachdem ihr überall Nummer 1 gewesen seid, in, glaube ich, fast jedem Land der Welt, da sagt die Backstreet & Insync, jetzt müsst ihr nicht mehr so erfolgreich sein. Ja, der Druck ist schon da, denn unser Leben hat sich ja vollkommen verändert. Es ist sehr viel Arte Arbeit damit verbunden. Aber, da wir ja schon etwas älter sind als viele der Boygroves zum Beispiel, da haben wir schon unsere Erfahrungen im Leben gesammelt. Und deshalb können wir, glaube ich, besser damit umgehen als vielleicht andere. Und ja, wir haben alles selbst gemacht, wir haben das Album produziert, die Songs selbst geschrieben. Also, es ist nicht, dass wir alles so erwartet haben, wie es gekommen ist. Wir haben auch sehr hart dafür gearbeitet. Und deshalb können wir es jetzt auch sehr schätzen, was eben so passiert ist. Klaus, erzähl doch mal ein bisschen was über die Arbeitsteilung innerhalb von Aqua bei der Arbeit im Studio. Also, normalerweise ist es so, dass wir erst mal unsere Songs schreiben. Und normalerweise sind es Sören und ich, also der mit den stacheligen Haaren, das ist Sören. Und wir setzen uns dann zusammen, was die Songs angeht. Ja, und dann versuchen wir eben die Texte zu schreiben, und zwar alle vier zusammen. Ja, und dann fangen wir eben mit dem Produzieren der Songs an. Also, normalerweise funktioniert das so. Wir haben also alle damit zu tun. Alle vier sind daran beteiligt. Und es ist nicht so, dass es jetzt nur zwei Leute von uns entscheiden, was wir machen. Das möchten wir auch gar nicht. Jeder hat seine eigene Meinung. Und das funktioniert? Ja, das funktioniert ganz gut. Wir sind alle recht unterschiedlich. Und wir haben alle etwas zu sagen. Und deshalb kann jeder etwas dazu beitragen. Jeder fühlt etwas dazu bei. Und man wird auch nicht irgendwie runtergemacht von den anderen, sondern man diskutiert eben vernünftig über die Themen. Und wir müssen uns schließlich alle respektieren. Das ist wirklich wichtig. Wir kommen noch gleich zu Lene's Schuhen. Das später. Und vor allen Dingen habt ihr natürlich die Chance, Aqua-Fragen zu stellen. Und wenn für jeden Anrufer, der durchkommt, der bekommt ein Aqua-Mousepad, das Aqua-Album und ein Aqua-Schlüsselanhänger. Die Telefonnummer ist 0185 15 17 51. Wird auch gerade eingebendet. Wir schauen uns jetzt einen Aqua-Clip an. Und zwar Dr. Jones. Und was mir auffällt bei euren Videos, sie sind immer extrem lustig. Also lasst ihr so eure eigenen Ideen einfallen, einfließen? Also wir haben schon manche Ideen für die Videos. Und wir haben einen wirklich verrückten Produzenten in Dänemark. Und ja, er kennt Aqua sehr, sehr gut. Und deshalb weiß er auch, was wir machen möchten. Und deshalb kann er sehr gut mit uns zusammenarbeiten. Und wir fühlen uns dann auch gut dabei. Er ist wirklich brillant. Und wirklich toll. Habt ihr so Spaß? Das sieht nach richtig Spaß aus. Also das ist doch Arbeit für mich. Für mich ist das eine Party und alle sind lustig drauf. Und das wird dabei mitgeschossen. Oder ist das richtig harte Arbeit für euch, dieses Video drehen? Wie empfindet ihr das? Natürlich ist es sehr, sehr viel Spaß mit dabei. Denn ja, es sind gute Freunde von uns. Und wir kennen die Kameracrew. Alle Techniker, die wir damit zu tun haben, mit dem Video, die kennen wir. Und deshalb ist es natürlich eine relaxte Atmosphäre. Aber natürlich ist auch Arbeit dabei. Denn man sitzt und wartet die ganze Zeit. Und ja, man wartet zum Beispiel, dass der Beleuchter alles richtig macht. Und ja, es ist eben ziemlich viel Warterei dann. Aber trotzdem macht es sehr viel Spaß. Und man kann eben auch die Freunde dabei treffen. Oh, doch so locker wie Kaffeeklatsch. Das ist ja gut. Das finde ich praktisch. Aber genau das wollten wir euch nämlich auch zeigen. Weil wir haben nicht ein Making-of von Dr. Jones. Das sehen wir jetzt da. Das werdet ihr live kommentieren, meine Damen und Herren. Da kommt das Making-of von Dr. Jones. Ja, ich glaube, man kann sehen, aber im Video sieht der Set ziemlich groß aus. Und ja, es ist vielleicht halb so groß. Und es ist wirklich ein kleines Studio. Es sieht aus wie ein riesengroßer Dschungel, aber es ist tatsächlich eher klein. Ja, und es sind sehr witzige Materialien verwendet worden für den Videodreh. Alles ist sehr, sehr einfach. Und ja, alles ist eben gefakt. Und ja, wenn man das richtige Licht hat oder überhaupt, wenn alles gut funktioniert, dann sieht es sehr, sehr echt aus. Ja, dann mussten wir da im Wasser herumlaufen. Das war ziemlich kalt. Wir haben im November das Video gedreht und es ist wirklich sehr, sehr kalt gewesen. Aber wir mussten dann so tun, als würden wir durch einen Dschungel warten. Ja, hier sieht man die Kamerakruhe auch mal. Und es sind 20 oder 30 Leute, die an einem Video sehr beteiligt sind. Und es ist wirklich sehr merkwürdig, denn alles funktioniert, weil jeder genau weiß, was er zu machen hat. Es ist überhaupt nicht chaotisch. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Und deshalb ist es auch sehr ruhig da. Gab es doch mal irgendwelche Pannen? Nein, wir waren ziemlich gut vorbereitet. Und deshalb ist eigentlich gar nichts fehlgelaufen. Manchmal sind natürlich witzige Sachen passiert. Wie gesagt, wir haben im November gedreht. Und es ist ziemlich kalt gewesen. Und wir mussten dann so tun, als ob wir im Dschungel und hätten Spaß in der Hitze. Und ja, man sieht ja auch an, wir haben so ein Tiger-Look Sachen an. Halb nackt. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Wirklich. Es ist sehr viel Spaß dabei, wenn man Videos dreht. Denn, ja, wenn man nach Hause kommt, macht man ja vollkommen andere Dinge. Und deshalb ist es toll und relaxend. Was auffallend ist bei Aqua, ihr habt ja bei jedem Song immer irgendwie neue Figuren, die ihr einnehmt. Oder einen neuen, besonderen Kick bei den Songs. Das Barbie-Girl und jetzt Aqua, der Dr. Joe, Zidiana-Jones annehmen. Was können wir als nächstes erwarten? Ja, wir haben immer was parat. Und deshalb solltet ihr auch ruhig überrascht sein. Wir werden mit neuen Sachen kommen. Es wird natürlich immer Popmusik sein. Aber ich glaube schon, dass die Leute überrascht sein werden. Ja, wenn wir uns hinsetzen, um die Texte zu schreiben, dann kommt immer irgendwie sowas dabei raus, dass wir ein kleines Märchen oder eben eine bestimmte Geschichte erzählen. Ja, dass man so ein eigenes Universum bildet, quasi für ein einziges Lied. Jetzt bei Dr. Jones war es eben diese Dschungelgeschichte. Und wir haben auch in London ein Video gedreht. Turnback Time wird das Lied heißen. Und das ist wieder mal was ganz anderes, denn bei dem Lied handelt es sich um eine Ballade, also etwas ernsthafter. Aber wir werden jetzt auch bald nach Dänemark zurückgehen und da werden wir dann ein neues Video drehen. Das wird unsere neue Single werden. Und ja, mit Piraten. Das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Das ist natürlich witzig, wenn man so ein bisschen die Jungs hin und herschleichen kann. Also macht ihr auch unterschiedlichere Releases da. Den Song und den Song kriegen wir diese Ballade dann nie zu hören in Deutschland. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher bei dem Ganzen. Also es wird auf jeden Fall in den Staaten und in England die nächste Single sein. Und Mayomai ist schon in Spanien herausgekommen und ich glaube, es wird auch hier in Deutschland herausgegeben. Also das nächste wird hier in Mayomai sein, weil das auch ganz gut an den Zeitplan passt. Welcher Film? Ja, es ist ein Film called Sliding Doors. Sliding Doors heißt der Film. Und es ist ein sehr, sehr großer britischer Film. Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Ihr habt immer noch die Chance anzurufen 0185 15 17 51. Aber jetzt kommt erstmal, ich glaube der größte Hit. Jetzt kommt Aqua mit Barbie Girl. Ganz interessant, finde ich es ja auch. Ihr habt den Song jetzt aufgenommen. Wann habt ihr den aufgenommen, Barbie Girl? Wie lange ist das her? It's a year ago. Vor einem Jahr. Und im Studio muss man alles singen und nochmal singen und nochmal singen und nochmal singen. Und dann kommt das Album raus und dann released man die Single. Und dann wird es ein riesen Hit und ihr müsstet singen und singen und singen und singen. Könnt ihr mittlerweile das Lied überhaupt noch hören? Und nach einem Jahr, ich meine, ich als Moderator habe es bestimmt eine Milliarde Mal anmoderiert. Eine Milliarde Mal. Es war 100 Jahre auf Nummer 1, es war eine Milliarde Mal anmoderiert. Was denkt ihr, wenn ihr das Lied hört? Dann denkt ihr doch so, ach, yay. Dann denkt ihr, oh Gott, ich kann es lieber hören. Ja, manchmal nervt einen das vielleicht schon. Aber trotzdem, wenn man das Lied selbst gemacht hat, dann hat man eine bestimmte Distanz zu dem Lied. Und das muss ja auch so sein. Und ja, wenn man es jetzt hört, so wie du, also das ist ja was ganz anderes. Man kann ja nicht plötzlich denken, oh, dieses Lied nervt mich, das geht ja einfach nicht. Aber wir hatten auch vier Wochen Urlaub. Und dann waren wir in Deutschland, haben da eine Show gegeben. Und ja, da hat es wirklich Spaß gemacht, eben auf die Bühne zu gehen und wieder Barbie Girl zu singen. Das war wirklich lustig. Und ja, das war ja dann sechs Wochen auch schon wieder her und es war wirklich spaßig. Und was habt ihr gemacht in eurem Urlauben? Ich war in Frankreich skilaufen. Also René und ich und noch ein paar andere Freunde sind eine Woche skilaufen gewesen. Und dann waren wir auch auf den Malediven und haben dort getaucht und geschnorchelt. Also haben einfach mal nur zwei Wochen relaxed und gar nichts gemacht. Denn wir sind ein ganzes Jahr einfach nur rumgereist. Und deshalb waren wir schon etwas müde. Und ja, so gegen Weihnachten war das. Und das war wirklich klasse. Das ist klasse. Energiegeteilt. Tolle Urlauben war Klaus, aber fast no what. Schiefer raus, so war nie. Mal ausprobieren wenigstens. Und bei dir? Well, I went to Orlando in Florida. Ich bin nach Florida gefahren. Das ist ja auch klasse. Orlando in Florida macht immer Spaß. Wir haben auch Anrufer. Die werden euch jetzt mit Fragen löchern. Und die bekommen, wie gesagt, das Mauspad, den Schlussanhänger und das Album von Aqua. Hallelich, wen habe ich dort in der Leitung? Hi, hier ist der Sascha aus Krefeld. Sascha aus Krefeld, das ist eine Frage, schieß los. Ja, also, was war das Wichtigste, was euch eure Eltern beigebracht haben? Oh, fangen wir mal Klaus an. Was mir meine Eltern beigebracht haben, das Wichtigste? Ich weiß nicht, echt. Ich weiß nicht, vielleicht, dass man erstmal über Sachen nachdenkt, bevor man sie in die Tat umsetzen will. Wenn ich zum Beispiel mit dem Studium aufhören wollte, um danach Musik zu machen, da musste ich natürlich schon ganz klar sehen, ist das wirklich das, was du machen willst, denn es ist eine harte Arbeit. Aber ich habe gedacht, ja, Musik ist eben das, was ich einfach machen will. Und ja, meine Eltern sind auch immer so gewesen. Sie haben mich immer gefragt, ob ich sicher bin, irgendetwas zu machen. Und einfach, um sicher zu gehen, dass ich auch die richtige Entscheidung treffe und nicht irgendwas Verrücktes mache. Und ich glaube, meine Eltern haben mir Selbstvertrauen beigebracht. Sie haben mich immer unterstützt. Und egal, was ich machen wollte, sie haben immer zu mir gehalten, hinter mir gestanden und mir geholfen. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig, also, dass die Eltern einem dieses Selbstvertrauen geben. Das ist klasse. Frage beantwortet, nicht? Ja, klar. Wunderbar. Die drei Items gehören dir. Mauspad, CD und Schlüsselerhänger. Mit einem Wal drin, der auf so einer... Ich glaube, das ist Wasser und Öl und das schwimmt. Das geht ganz klasse aus. Ich habe den ganzen Tag schon mit dem gespielt. Ich glaube, mir auch gleich einen. Ja, vielen, vielen Dank. Ciao. Okay, ciao. So, noch eine Anrufe haben wir. Hallelöchen. Hallo. Wer ist denn da? Claudia Smagdeburg. Claudia Smagdeburg, du hast eine Frage. Frag los. Könnt ihr euch vorstellen, mit einem Stand zusammenzukommen und für sie bzw. ihnen die Karriere laufen zu lösen? Ich weiß nicht, ich habe keinen Freund. Wenn man sich verliebt, dann kann man ja auch nichts daran ändern, an den Gefühlen. Aber ich glaube nicht, dass ich meine Karriere aufgeben würde. Aber es ist egal, ob es jetzt ein Künstler ist oder ein Fan oder ein Prinz. Ganz egal. Man muss sich eben richtig verlieben können. Klaus, wie sieht es bei Scherz-Videos aus? Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich, denn ja, Musik ist eben das, was ich machen will und bis man das erreicht hat, dann muss man auch sehr viel gemacht haben und deshalb würde ich es auch für niemanden aufgeben. Da bin ich etwas egoistisch. Vielleicht bei Claudia Schiffer würde ich eine Ausnahme machen. Nein, nein. Du weißt, Album und Mauspad und Schlüsselanhänger gehören dir? Ja. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ja, ja. Abschließende Frage, was sind so eure privaten Pläne für die Zukunft? Am Leben zu bleiben, das ist genau das Einzige, was wir im Moment machen können. Also auf jeden Fall werden wir wohl im Sommer jeder ein bisschen Zeit für sich selbst verbringen, denn ja, das ist dann vielleicht auch mal erforderlich, dass man eben Freunde wieder trifft. Ich würde auch ganz gerne mein Apartment mal wiedersehen, denn wir leben ja alle vier zusammen in London, in einem ziemlich kleinen Apartment. Ja, da muss eben jeder seinen kleinen Platz dort finden und ja, es ist natürlich wichtig, dass man einen Ort hat, wo man sich zu Hause fühlt, denn wir reisen so viel rum, reisen immer aus dem Leben aus dem Koffer. Sehr wunderbar. Das finde ich ganz klasse, also dass ihr zusammen in einer Wohnung wohnt, wusste ich nicht, aber ich weiß nur eins, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, zu uns in die Sende zu kommen. Danke, Lena. Danke, Klaus. Gute Besserung an Sören und René. Das ist euer Applaus. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Vielen Dank.